Das Besondere am Logistikerberuf ist, dass er sehr vielseitig und fast überall vertreten ist. Fast in jeder Branche arbeiten Logistiker. Die Aufgaben variieren stark zwischen den einzelnen Betrieben. Wir stellen die Teile bereit, die später in die Maschine eingebaut werden. Beim Wareneingang nehmen wir die angelieferten Güter entgegen und nach der Kontrolle werden sie ins System aufgenommen. Im Versand verschicken wir Ware an unsere Kunden. Hier müssen wir sie verpacken, beschriften und an unsere Transportunternehmen abgeben. Das Besondere bei uns in der Körper Pharma Packaging AG ist, dass wir sehr viel von Hand arbeiten mit ganz unterschiedlichen Teilen. Das bringt sehr viel Abwechslung in den Arbeitsalltag. Auch die Nachzusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen ist extrem wichtig. Was mir besonders an meinem Job gefällt, ist die körperliche Arbeit, dass man sehr selbstständig arbeiten kann und dass man eng im Team zusammenarbeitet. Das besagt, dass wir sehr viel von Handwerken sind. In jedem Fall gefällt, ist die Zerwärsche. Untertitelung des ZDF, 2020